Inzwischen sehen alle, dass es so wie es bisher war, weil ich größter Respekt vor dem Verteilung habe, vor dem, was ich bisher erreicht habe, jetzt müssen die Dinge geändert werden. Und allein schon ist das ein Rüstungsurs, das ist unser Rüstungsurs und wir auch auf den Verteilung. Ja, wir haben seit zwei Jahren gehört. Und seitdem arbeiten wir hier. Das heißt natürlich, wir haben ein bisschen Zeit, was wir haben. Ich würde gerne das Parlament einbinden, ich würde gerne dort die Abbrauchung verstehen, ich würde gerne die Probleme dort sehen, ich würde dort gerne die richtigen Fragen stellen. Ich habe unterschätzt, dass ich die Trudel in der Fochland einer 2%-Verteilung bin. Das ist ein schöner Platz, als wenn man für etwas in der Fochland wegkommt. Super, gell? So. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Redaktion mit etwas auf der Fochland angeht wurde. Mit der Fenster von der Fochland. Damit ist das ein Rüstungsurs für die Treu hdas noch. So. Hüttung! So. 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 Vielen Dank.